Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Python. Ja, dieses Mal fangen wir endlich mal mit objektorientierten Python an. Sprich, ich werde euch heute zeigen, was Klassen sind. Und dazu lösche ich einfach mal alles. So, jetzt kommt was ganz Neues. Und okay, es kommt jedes Tutorial was ganz Neues, ich weiß. Aber dieses Mal ist es wirklich cool. Es ist eigentlich immer cool, ich weiß. Ja, also Klassen sind sozusagen kleine Objekte. Mit denen ihr genauso Sachen machen könnt, wie ihr bisher mit normalen Variablen gearbeitet habt. Nur, dass es jetzt komplexere Sachen sind. Also zum Beispiel habt ihr jetzt nicht nur mehr eine Zahl oder einen Buchstaben. Oder von mir aus auch eine Zeichenkette. Sondern ihr habt halt wirklich ein Dreieck oder, keine Ahnung, eine Tasse oder, keine Ahnung, einen Computer. Und die haben dann natürlich mehr Variablen als nur eine. Also sprich mehrere Werte. Weil ein Computer wird wahrscheinlich sich nicht mit nur einem Wert beschreiben lassen. Und deswegen braucht man da dann auch mehrere Variablen dafür. Und der Computer hat vielleicht noch Funktionen. Und genau diese Möglichkeit habt ihr damit auch. So. So viel zum Thema, was ist das? Also das könnt ihr dann tatsächlich so zuweisen, wie wir es bisher immer gemacht haben. Also war ist gleich Computer. Hier zum Beispiel. Und es sieht nicht ganz so nachher aus, aber relativ ähnlich. Und ja, genau so werdet ihr dann auch mit diesen Dingern weiterarbeiten. Und die durchreichen. Und mit denen irgendwelche Funktionen aufrufen und so weiter und so fort. So, und jetzt zeige ich euch, wie man das Ganze macht. Also, man schreibt sich als erstes. Also das muss wieder, wie die Funktionsdefinition auch, über den Code, den ihr ausführen wollt. Weil sonst könnt ihr nicht darauf zugreifen. Also hier unten ist dann irgendwo eure Main-Funktion. Zum Beispiel print. Hello World. Zusammengeschrieben logischerweise. Nicht. Und oben drüber müsst ihr ja die Funktionen definieren. Und da oben kommen auch die Klassen hin. Ist egal, wo ihr die Funktionen und Klassen hinschreibt. Nur das, was ihr... Also sagen wir mal, in einer Klasse wollt ihr eine Funktion benutzen, dann muss die Funktion drüber. Wollt ihr in einer Funktion eine Klasse benutzen, muss die Funktion drüber. Äh, muss die Klasse drüber. Genau. Also ihr könnt immer nur auf das zugreifen, von oben nach unten gelesen, was ihr schon definiert habt. So, und jetzt zur Klasse selber. Also sagen wir hier class. Und, ähm, ja, nehmen wir sie einfach mal, ähm, my class. Relativ langweilig. Und man sieht, es hat eine andere Farbe, beziehungsweise ist dicker gedruckt. Ähm, das liegt daran, dass es jetzt was Besonderes ist. Das ist eine eigene Klasse. Und, äh, diese Klasse ist dann quasi auch ein eigener Typ sozusagen. Also wie Zahl oder so. Oder wie eine Zeichenkette ist es dann ein eigener Typ. Das heißt, ihr könnt damit, ähm, genauso arbeiten wie mit einem anderen Variablentyp. So, und, ähm, ja, jetzt kann man hier in diesem Klassenobjekt, kann man verschiedene Sachen definieren. Also irgendwelche Statements. Die Dinger nennen sich tatsächlich Statements. Ähm, Statements heißt in diesem Fall, wir können hier Variablen reinschreiben. Primitive Variablen oder weitere Klassen, die ihr dann benutzen könnt. Das heißt, ihr könnt hier auch noch weitere, äh, Klassen, die ihr woanders definiert habt, benutzen. Aber das, äh, ist ein bisschen komplizierter. Das zeige ich euch vielleicht mal anders. Ähm, ihr könnt hier aber Variablen definieren. Zum Beispiel, ähm, eine Zahl gleich 15. Und, ähm, noch mehrere Zahlen oder noch mehr Buchstaben, äh, Buchstabe oder sagen wir einfach mal String gleich Zeichenkette. Warum 15? Warum nicht 42? So, ähm, genau. Und jetzt habt ihr hier die Möglichkeit, so viele Sachen zu definieren, wie ihr wollt. Also ihr könnt hier wirklich reinschreiben, ähm, keine Ahnung, eine Milliarde Variablen, die irgendwelche Bedeutung für euch haben und die ihr dann, ähm, benutzt irgendwo. Und ihr könnt hier noch ein paar Sondersachen machen. Das zeige ich euch dann wahrscheinlich im nächsten Video. Also nächstes Video wird wahrscheinlich zu Konstruktoren sein. Ähm, was das ist, braucht ihr noch nicht wissen. Und dann habt ihr hier noch die Möglichkeit, Funktionen zu definieren. Und Funktionen definiert man hier drin, wie man sie immer definiert. Also, ähm, ihr kennt es eigentlich schon von vorher. Ihr könnt hier einfach irgendeine Funktion hinschreiben mit dev und dann den Funktionsnamen, wie bisher immer. Äh, do something und dann hier diese Klammer, Klammer. Und jetzt Achtung, das erste Argument muss immer self sein. Self bedeutet, also das ist immer drin. Sprich, aktuell ist diese Funktion gleichwertig mit einer Funktion, die keine Variable nimmt. Außerhalb der Klasse. Dieses self bedeutet einfach, ihr ruft diese Funktion nur über ein Objekt von diesem Typ hier auf. Das mag jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert klingen, aber ich erkläre euch gleich, wie das dann genau funktioniert. Also ihr könnt hier einfach Funktionen definieren. Erstes Argument ist immer self. Das ist einfach so. Punkt. Und, ähm, dann könnt ihr hinten dran weitere Parameter irgendwie schreiben, wie, keine Ahnung, äh, neue Zahl. Und könnt dann damit diese Zahl, die wir hier oben definiert haben, das hier, könnt ihr überschreiben mit dieser neue Zahl, die wir hier übergeben bekommen haben. Und, ähm, solche Sachen kann man machen. Ähm, ja. Lassen wir es mal dabei. Wie ihr das Ganze jetzt benutzt, das geht ein bisschen anders. Und zwar erstellt ihr euch erstmal ein Objekt von diesem, von dieser Klasse. Also eine tatsächliche Instanz dieser Klasse heißt das Ganze dann. Und das macht ihr ganz einfach, indem ihr sagt, okay, ich mach mal das Print Hello World raus, das brauchen wir ja nicht. Ihr seid jetzt außerhalb der Klasse. Achtet darauf, wo dieses Tab ist. Also hier ist es noch in der Klasse. Hier ist es sogar in der Methode. Und hier ist es außerhalb der Klasse. Also tatsächlich der Code, der dann ausgeführt wird. So, und jetzt sagt ihr hier, ähm, eine Instanz. Das ist jetzt der Name dieser Variablen. Der kann auch anders heißen. Der kann auch irgendwas heißen. Aber ich finde Instanz passender, weil es genau das ist. Äh, Instanz ist gleich. Und dann nehmt ihr hier dieses MyClass. Also genau diesen Namen wirklich auch auf Groß- und Kleinschreibung achten. MyClass. Und dann Klammer, Klammer. Und dann seid ihr schon fertig. Das heißt, ihr habt jetzt hier eine Instanz dieser Klasse erstellt. Und über diese Instanz könnt ihr auf diese Variablen zugreifen. Und auf diese Methoden. Sprich, die gehören jetzt dieser Klasse an. Und, ähm, diese Instanz hat alle die zur Verfügung. So, und jetzt könnt ihr über diese Instanz diese Sachen aufrufen. Also ich mache das jetzt mal in einem Print, damit es deutlich wird. Ah, dass es auch funktioniert. Instanz. Punkt. Dieser Punkt ist dieser Zugriffsoperator. Den kennen wir sogar teilweise schon aus anderen Sachen. Habe ich euch schon mal gezeigt, glaube ich. Ähm, und dann sagen wir hier Instanz Punkt und was wollen wir ausgeben? Den String. Also Instanz Punkt String gibt uns hier diese Zeichenkette zurück. Also den String, der da halt tatsächlich drin steht. So, und wenn ich das jetzt hier speichere und dann ausführe, ähm, dann sage ich einfach Python. Und, ähm, firstTry.py und wenn ich das jetzt hier ausführe, dann wird hier erstmal was gerechnet. Ihr habt es gesehen, es hat eine Weile gedauert. Und dann wird uns tatsächlich dieser String Zeichenkette ausgegeben. So, ähm, das heißt, wir haben jetzt hier eine Klasse erstellt, die aktuell zwei Variablen hat, nämlich eine Zahl und ein String. Eine Methode hat sie auch noch, die überschreibt diese Zahl hier mit einer neuen Zahl, die wir angeben müssen. Dieses self bedeutet einfach, dass wir dieses Objekt benutzen müssen. Das zeige ich euch gleich nochmal. Und wir haben dann hier eine Instanz dieser Klasse erstellt, indem wir einfach myClass, der Name von der Klasse, Klammer, Klammer gemacht haben. Und dann haben wir auf eine Instanzvariable zugegriffen, nämlich auf diesen String hier. Wir könnten jetzt natürlich auch die Zahl nehmen und nochmal ausführen. Und es würde wahrscheinlich 42 rauskommen, sollte logischerweise. So, und wenn wir jetzt hier oben drüber vorher sagen, okay, wir wollen jetzt aber eine neue Zahl hier reinschreiben. Und wir wollen auch zeigen, dass das funktioniert. Dann nehmen wir uns einfach diese Instanz, also wir rufen jetzt die Funktion auf, Instanz und dann Punkt. So, und jetzt greifen wir auf die Funktion zu, genau dieselbe Art, wie wir auf diese Zahl hier zugegriffen haben im Prinzip. Und dann brauchen wir hier auch diese Klammern, weil es ist ja eine Funktion. Funktion ruft man ja immer mit Klammern auf. So, und dann kommt hier nur noch die neue Zahl rein. Also sagen wir mal 1, 3, 3, 7. So, und jetzt passt auf, dieses Self, das bedeutet eigentlich bloß, wir rufen diese Funktion hier über Instanz Punkt auf. Das bedeutet dieses Self hier, was ich hier oben als Parameter angegeben habe. Das muss leider immer dazu geschrieben werden. Aber dieses Instanz Punkt, das gibt uns genau das hier. Und wir haben hier drin jetzt natürlich alle Sachen zur Verfügung, die wir hier außen zur Verfügung haben, haben wir ja auch gemacht. Wir haben hier auf diese Zahl zugegriffen. Die Zahl wäre jetzt hier unten so an sich nicht verfügbar. Aber da wir über die Instanz zugegriffen haben, klar können wir die da ändern. Und wir setzen sie einfach auf diese neue Zahl, die wir hier als Parameter angegeben haben. So, und das heißt, wir speichern das jetzt und wollen uns mal angucken, okay, haben wir jetzt hier 42 ausgegeben oder haben wir 1337 ausgegeben. Und wenn wir es hier jetzt ausführen. So, und der Grund dafür ist, dass wir hier Zahl gleich neue Zahl geschrieben haben. Das Problem ist aber, diese Zahl hier ist eine andere wie diese Zahl hier unten. Und zwar ist diese Zahl hier unten einfach eine lokale Variable, die nur in dieser Methode hier gültig ist. Das habe ich euch letztes Mal mit diesem Gültigkeitsbereich erklärt. Während diese Zahl hier oben eine Klassenvariable ist. Und auf Klassenvariablen greifen wir immer auf dieselbe Weise zu. Nämlich wir schreiben self-punkt. Und das machen wir immer, wenn wir sagen, okay, wir benutzen irgendeine Variable, die hier in dieser Klasse oder zu dieser Klasse gehört. Und wir wollen sie verändern oder lesen oder sonst irgendwas innerhalb der Klasse. Dann benutzen wir immer dieses self-punkt. Wenn wir hier jetzt self-punkt Zahl schreiben gleich neue Zahl, dann werdet ihr sehen. Wenn ich das Ganze jetzt nochmal ausführe und tatsächlich auch gespeichert habe, dann kommt hier 1337 raus. Genau das, was wir hier eigentlich machen wollten. Und so kann man zum Beispiel hier diese Variable der Klasse ändern, indem man immer self davor schreibt. Gut. Ich würde sagen, das reicht erst mal zu Klassen. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Ja, es wird natürlich noch mehr dazu kommen. Das ist ein Riesenthema. Und ich werde euch nicht alles in einem Video zeigen können, sonst bin ich hier noch ein paar Stunden dran. Das heißt, wir hören uns beim nächsten Mal und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann. Ciao, ciao.